Er hat unser Schutzschild durchbrochen. Unglaublich. Hi. Was hast denn du da mitgebracht? Sieht aus wie Schokoriegel. Analysieren die drei. Hier Blechdose. Delta, UFO, Pluto, Omega. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Hier, so geht das. Oh, sind die lang. Wahrscheinlich die längsten des Universums. Für die einen ist es... Delta, UFO, Pluto, Omega. Für die anderen die längste Praline der Welt. Oh, schon alle. Ich hole neue. Oh, will er hin? Ob er jemals wiederkommt?